Hello Meldung! Da steht zwei Trottel, aber ich möchte das Trottel weg haben, ich mach da mal ein Doppel drauf. War ja auch ein bisschen fest. Ich versteh's doch wohl nicht warum es dann hier nicht angezeigt war. Dafür das switchen wir. War ja auch ein bisschen fest. Ich versteh's doch wohl nicht warum es dann hier nicht angezeigt war. Dafür das switchen wir. Ah, man kann eine Song-Playlist machen. Red and Point. Scratchers. Was ist Scratchers? Ach da brauchen wir Geld. Ah, man kann eine Song-Playlist machen. Man kann eine Song-Playlist machen. Red and Point. Scratchers. Was ist Scratchers? Ach, da brauchen wir Geld. Ah, man kann eine Song-Playlist machen. Red and Point. Scratchers. Request eine Song. Soundcloud? Ich mach grad eine Song-Request. No, Herr Hoffen der Speise. Ich will da Doppel-S-Probierment. Ich will da Doppel-S-Probierment. Also darfst du nicht bitte an Anlass machen? Nein. Okay, es geht nicht. Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Wir sind da noch eingeschlagen. Song-Playlist. Okay. Es scheint noch nicht so fehlerfrei zu funktionieren, wie ich es will. Ich muss mal irgendwann mal noch rüber gucken. Ich will nicht auf das Dashboard. Nein, nicht auf das Dashboard. Hör auf damit. Ich will den Chat. Doch, du musst auf das Dashboard. Nein, wofür denn? Nein, nicht auf das Dashboard. Hör auf damit. Ich will den Chat. Doch, du musst auf das Dashboard. Wie kam ich denn noch mal auf den Chat? So? Ich würde es mal laden, Alter, jetzt. So. Weg damit. Wen haben wir denn da schon, den kleinen Nervenkloß? Ja, das Wunder. Das Wunder von... Notre Dame. Ne, früher hieß das Wunder von Gauke. Ich finde das immer so witzig. Sie hat schon geschrieben, 10 Sekunden später, Dein Freund hat gerade mit den Zuschauern begonnen. Neul? Ja, ich habe sie nicht, glaube ich. Ja, aber warum kommt das erst danach? Gibt es eigentlich irgendwelche coolen Smileys? Ach, ich will doch nicht auf dich. Warum sticht du oben? Achso, weil du irgendwas geschrieben hast. Äh. So. Ich will auf Twitch wechseln. Ja, was ist das? Deine Hentai-Schlange fehlt aber weit unten rum, oder? Ne, der ist so. Ja. Das ist ein Standard-Smiley. Ja. Ich habe leider keine mehr. Ich auch nicht. Den sehe ich gar nicht. Ah, da. Twitch, also bei Müller ist das Team optimal. Und ich gucke auf dem PC und auf dem Fernseher. Ja, trotzdem. Bei mir läuft es trotzdem. Das hat er trotzdem damit zu tun. Trotzdem. Warum schreibst du das dann, wenn du das schon gesagt hast? Oh, ich kann nicht. Oh, ich kann nicht timeouten. Ich kann alles timeouten hier auch krass. Wenn du mich jetzt noch mal timeoutes will ich nie wieder irgendwas bei dem machen. Das war letztens schon so scharf und ständig. Ja, das ist in meiner Automatischen mod verschwindet. Ja, deswegen das total ätzend, dann alles wieder einzustellen. jetzt hier wird mal ready endlich du ja ich mache ich muss erst mal starten dann muss noch mal raus tippen und ertappen und dann ist sehen der so der tampon rausgeflutscht hier ein bisschen für die wunden er schickt den tampon und eine mädchen was die zunge so an den lippen lang das klingt falsch ja ja so ein bisschen gibt es ja auch ein wenig mal gucken habe ich ein finde ich brauche ich mache ich kenne ich dich als einzige ist schon lange nicht mehr aus die gespaltene zwiebel oder so ein schatten mit so zwei dingen an der seite ach hier das ding und er wechselt die szene ja so möchte ich auch die lederen heute sehe ich nicht da war ich voll in ordnung vielleicht drei vier sekunden oder sowas gefühlt noch blaues feuer lila feuer ach das ist ein schwert was sie da gepostet hat nein das ist kein schwert das sieht aus wie ein kreuz mit einem kreis drum ach ist doch origawa das ist irgendwie was halt und außerdem ist da oben kein tampon ich weiß dass das ist wie einer wenn man so ein bisschen schief kommt tampon sehen ja auch aus wie raketen jetzt habe ich freige gefunden aber definitiv ich bin schwarz hundert prozent du guckst auch immer so seltsam ja das kann ich meine schwester schon gerne könntest du jetzt mal hier anfangen mich einzuladen und so block in weit ja das habe ich am anfang wirklich aus versehen gedrückt weil ich dachte da der steht denn weiter muss ein stück drauf drücken das ja teilen flüstern den kopieren ich bin bereit es ist zeit für unsere bad über die ewigkeit okay wenn sie das können wir noch ich spiele so ein bisschen im fenster modus martin schädelt allerdings noch so ganz klein mal gucken ob das leck oder nicht das habe ich früher gemacht mit fenster modus gesagt bei mein kraft und so ging das eigentlich relativ gut ja bei mein kraft macht man das ja auch so das spielt man nicht ein vollbild also ich nicht gespielt ich muss jetzt nur noch ein bisschen anpassen damit ich halt nur sehe dann auch was geschrieben wird damit ich mal gucken kann danach der bei mir das handy das hält nicht lange treu ich das macht auch weil sie möchte ich das so machen weil meins ja auch nicht so lange dann hält jetzt hat das groß gemacht ich glaube es hackt jemand schießt auf mich ich werde getroffen mein daum mein daum ne das ist nicht danni ne ne ich bin auf ihrem rumpf ne das funktioniert nicht schade und ich will fuck your mood her what the fuck wo geht's hin du nudellos konsortikos Schule, Shooting Ranch Ja, dann gehe ich eh wieder in meinen Bunger Dann machen wir das so Wenn zu viele kommen Oder da zu viele raushelfen Gehe ich einfach nach Saverni oder so Na was? Saverni Bernie Ja, ich weiß, dass sie sich nicht so heißen 3, 2, 1 Ja Da ist auch die richtige Taste drücken, um runterzukommen Und nur weiß, wie weit das noch ist Ja, aber ich habe Meine Finger statt auf WFs gehabt Klappe stimmt wunderbar Zum Bunker will einer Ne, da fliegt so range direkt Na, der wird glaube ich da Oh, hier landen ganz viele Äh, warum muss das ja werden? Ja, da landet es ein Ich bin schon zu weit unten Wir können es aber noch versuchen, darüber zu kommen Da sind aber auch ein paar Ja, ich bin schon unten am Baum Ja, ich auch Ich musste ja abdrehen, weil an allen Stellen, wo ich hinwollte, einer gelandet ist leider Ja, dann geht er hin und loote Mir hilft das aber trotzdem nichts Wenn da eine Waffe oder so drin liegt, dann hast du die und ich bin ohne alles Dann brauche ich da nicht hingehen Tomatotown, ja, ja, spazier Tomatotown Wer sich den Namen ausgedacht hat Da ist die güldene Tomate Die güldene Bist du fertig? Wenn ja, warte kurz davor Na am Anfang, so dass du halt noch drin bist Ich komme da mit einem Ich habe zwei, viermal zu weit Ja, und ich habe gar nichts Außer ein Ich habe auch keine Waffe oder so Ich habe nur viermal Suche, Heilung und das war's Ich hole dich jetzt ganz kurz und dann geht's weiter, da weg Gib Gummi, du Scheißdinn Du Dönertier Das Problem ist Die haben jetzt alle Waffen und ja, du weißt schon Und dann geht's schon Ich weiß gar nicht, wie weit wir müssen Guck mal gerade Wo willst du hin? Ja, einfach erstmal in den Kreis Äh, verdammt weit Echt? Erst bei der Military Base Und pass auf, da vorne kommt Wasser, ne? Du musst nur die Brücke, die ist hier Ja, 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 ich habe ja gebremst, deswegen Auf jeden Fall verdammt weit Gut, dass du ein Buggy gefällt hast Ja, dann sollten wir weiterfahren Und wir gehen wahrscheinlich gleich auf die Military Base fahren Weil der Kreis ist schon fast dort Ja, dann gehen wir zum Beispiel da erstmal hin oder so Ne, da will ich nicht durchfahren Das ist immer sehr anstrengend durch sowas So Hier sind halt über Leute runtergekommen teilweise, ne? Das ist jetzt ein bisschen scheiße Und so viel Sprit haben wir leider auch nicht mehr Bei der Schule, ich glaube, das ist keine gute Idee Ich mach's jetzt einfach, weißt du, wir haben keine Wahl Entweder es klappt oder wir sterben Schreien doch nicht immer so, du Penel Doch, ich bin schwarzer Mann, ich schreien sie Ich bin gleich tot Du bist echt tot, ja, ja Ich habe uns gerettet Ich habe auch eine Kugel abgekriegt, also nicht weinen, Johnny Ich habe es auch immer noch gesagt, ne? Ja, aber egal wie wir gefahren werden, wir hätten eh einen kassiert wahrscheinlich Ich glaube, der war mich auf dem Hochhaus Ich glaube, die wollten unser Auto haben Das ist ja bei uns gehabt Ja, ich meins Das Nummernschild ist auf uns zugelassen Das steht zwar nicht drauf, aber naja Das wäre gut, die Nummernschilder zu haben hier drin Ja, geht das ja Wenn es so weitergeht, brauchen wir bald nur das Auto, weil es leer ist Hm, ich glaube ich auch Solange wir noch über die Brücke kommen, ist alles gut Weil wir halten hier erstmal an oder hätten erstmal angehalten und hätten mal nach Sprit geguckt Ja, warum denn? Denn wir sind eh so gut beide wie da unten Er schafft Motorrad? Ja Und? Das ist schneller als der Buggy Ja, aber nicht viel Und noch haben wir mehr als genug Und jetzt sag mal nicht weg, wir da geschützter sind, da werden wir genauso verrecken Entweder es klappt oder es klappt jetzt nicht Dann machen wir halt die nächste Runde, was soll's Diese scheiß Hobelfelder hier, ne? Leck mich doch Bitte, 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 bitte Hier war schon jemand Ja, hier ist auch leer Die sind, glaube ich, hier hoch Dann Ich werde mich erst mal heilen Ja, wenn du was gefunden hast, mach dort Ich habe nichts, nicht mal Heilung Ich habe keine Wahl Ich habe zwei gefunden Ich habe zwei gefunden Ich habe zwei gefunden Ich habe zwei gefunden Nein, es reicht doch Finde ich ja wieder genau die gleiche hässliche Karre Aber voll Hey, wir sind schon unter den besten 50 Ohne einmal geschossen zu haben Weißt du was Wir kürzen mal ein bisschen ab Man, hör doch dieses dumme Drehen auf Ohne Ich habe Schaden bekommen, bitte verarschen Ja, was war das denn jetzt, du Geier Also verarschen kann ich mich selber spielen Ne, da bräuchte ich nicht für Da oben ist ein Drop Glaube ich nicht Hinter den Bäumen Da war noch das Flugzeug Manchmal ist der Buggy echt schwer zu steuern, ne Der macht dann einfach Jetzt hör doch auf, du dummes Ding Geht doch Deswegen habe ich schon mal überlegt Einen Controller anzuschließen Ne, der driftet immer so hin und her Das ist halt das Problem Der Rest ist okay So, hier Hinter uns, hinter uns ist der Drop Gut, dass ich mich gerade nochmal umgeschaut habe Ich habe doch einen gesehen Achtmalsuchung, Sanitätstasche Äh, vier Massura habe ich noch Komm, einfallsuchung, das machen wir gleich Ja Gib doch Gummi Hast du angeschoben, oder was? Ja, Alter Ich habe nur 90 Schuss, leider Also so gut wie gar nichts Was hast du für eine Waffe Äh, die gute Also Ich habe keine Ahnung, was das ist Ich hoffe, es macht Auer Ich habe auf jeden Fall dann Ich glaube, hätte ich jetzt die Polizei, wäre es nicht angehabt, ne Wäre wahrscheinlich schon tot gewesen Ich brauche dann auf jeden Fall jetzt die Akarmonie, wenn es geht Weil dann spiele ich nämlich ein bisschen hier mit jetzt Ja, ja Ich wäre ja schon froh über allgemein Munition und eine Waffe und so Was in der Art Ich wäre auch froh, irgendwas erstmal zu haben Jetzt ich habe da jetzt auch nur die eine Waffe mit ein bisschen Schuss, ne Ist jetzt auch nicht so viel Und ich habe die noch nie gehabt Ich habe keine Ahnung, ob die gut ist oder nicht Ich weiß nicht, was du vereinigst, das ist das Problem Ich weiß auch nicht genau, was das ist, ich weiß auch nicht, was ich da für ins Korb draufklatschen könnte, weil das Achter passt nicht Warum es dann da drin ist, weiß ich nicht Ich habe noch eine SKS gefunden Dann nehme ich die halt noch für das Buch Ich kann auf jeden Fall eine Akarmonie gebrauchen Hier bei mir ist eine M16, wenn du willst In dem kleinen roten Ah, hier ist eine AK Habe ich eigentlich ein bisschen Muni dafür Du brauchst nur noch eine Firma Suche Ich habe ja einen Ja, kannst du mir gleich gerne geben, wenn du willst Du hast eine zweite Mal Suche übersehen Oh, scheiße Den könnte ich vielleicht auch Wobei, auf den brauche ich glaube ich sowas nicht draufklatschen Hier ist ein Zweier, wenn du noch nicht hast Ich habe ein Dreier Arschloch Auf die Reaktion habe ich gewartet Das war das Einzige, was in meiner Hütte drinne lag Das scheiß perfekte Dreier Ja, und bei mir war eine Waffe für dich, die mir nicht hilft Ich mag zwar die SKs immer noch nicht Aber da ich ja eh schon eine starke, schnell schießende Waffe jetzt habe Ist das wohl okay Verschwindet der Drop eigentlich irgendwann? Das weiß ich gar nicht Ich glaube nicht Aber dahin wollte bisher noch keiner Ach ja, da war ich noch nicht Ich wollte es bis auf ihn Ja, ja, ich hole mir die AK Muni Keine Sorge Danke für den Hinweis Da war ich noch nicht Ja Komische Seite für AK Muni Ne, jetzt habe ich auch genug Muni für Beine Kannst du den viermal Suche raushören Ja, der wäre nett Ist besser wie der Achter Erstmal kann man den da drauf klassen Yo Das war Bescheid Weißt du was? So, und was machen wir jetzt? Weiter rein? Ne, wir können, warte mal, äh, gleich mal gucken Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen Wir sind noch Häuser Wo Ganz hinten Da, wo man liegt Ja, da wo ich was Oder das blaue Ja, können wir auch machen Da könnte aber schon jemand sein Jetzt, ne? Das ist ein Blätter am Rand Ich glaube nicht, dass da jemand hingeht, weil ich Guck mal, wo der Kreis ist, Frankie Dann weißt du, warum ich das gesagt habe Oh Ja, du weißt ganz genau, warum das passiert Weil der Spiel ein Arsch ist Ich hoffe, ich habe mich für die richtige Seite entschlossen Also jetzt nicht wegen Loot oder so, sondern wegen dem Kreis alleine schon Alter, was ist das denn da für ein komisches Gebilde, so von Häusern Das braune sieht Stranger Leute, ich bin einfach auf dem Dach, also hier auf der Maul rausgegangen, so Ja, warum nicht? Warum nicht? Kann man ja mal machen, ne? Hier ist ein erweitertes Magazin für dich Ich gebe dir das dann gleich Ein Bogen Hier sind zwei Rucksack, falls du noch nicht schaffst Oh, Heilung, endlich Das ist sogar ein riesengroßer, kein ist doch Und jetzt war ja was, weil die braucht Die Nacken Oh, das war die beste Brauche ich aber Ja, ich habe nur einer gehabt Ach so, Mann Du hast schon den Dreierhelm, Arsch Brauchst du dich, Freier-Scope noch? Äh, brauche ich nicht umsehen Wobei, ich weiß nicht Äh, nee, das ist bestätigungsgut Ich dachte, das ist ein EMP Ja, erweitertes Magazin habe ich hingeschmissen Ich muss aber das Fenster mal ein kleines bisschen hoch machen, damit es passt Jetzt hat er schon wieder ganz groß gezogen, der Sack Na egal Jetzt habe ich keinen Bock, es nochmal umzuschieben gerade Schieb, schieb, schieb Schieb den Franky, schieb den Franky, schieb den Franky zurück ins Meer Genau darauf Du stehst ja verdammt unlucky, weißt du das eigentlich? Ist das so weit, dass er sich verschiebt? Gerade Könntest du mir bitte deinen Arsch aus dem Gesicht ziehen? Danke Alter Ich habe durch die Scheibe geschossen und die Scheibe ist gar nichts Soll ich mal mit meiner Waffe aufgeschießen? Ich habe doch nicht mal auf dich geschossen Ich stand so umtraufend Wenn ich einmal drückt, wirst du wahrscheinlich weggeschnitzelt Einfach so Ne, das ist die wirklich Die heißt Ich weiß, wie die ist Die hatte ich schon Die hat sie noch gar nicht aus dem gesagt Doch, doch Die hatte ich schon Ja, wir haben uns für die falsche Seite entschieden Danke, Franky Deine Schuld Naja, wenigstens hat man noch einen Hehlkopf Du hast einen Hehlkopf gefunden? Ja, den Großen Und so habe ich auch einen Aber nicht hier Ich habe den nicht hierher leider Hast du gerade eine Granate geschmissen? Hast du ja oder nein? Ja Ja, dann sag es doch einfach Nein Das hätte jetzt auch ein Gegner sein können Wenn es Gegner wäre, hätte ich wahrscheinlich eher was geschrieben Wir könnten versuchen, da hinzugehen Test? Ja, Test Wer macht Tests? Apex ist bescheuert, wenn sie Test macht Oh, wackelt es rum Ich hoffe mal, die Idee hatte nicht schon jemand Ich wollte hier noch ein bisschen unsichtbarer parken Hast du auf Einzelschuss gestellt, dein Drexding? Äh Nö Jetzt aber Hier wollte ich erstmal irgendwo hin Mal gucken wir hier über Vor- und Steine und Hinter- und Steine Da vorne bei den Häusern wird jetzt gleich wahrscheinlich erstmal ein bisschen Action abgehen Die sehen noch zu aus Jaja, noch nicht, aber da wird der Hier ist der Kreis ja hingegangen Und wenn er sich zum Beispiel zu uns hinschließt Dann haben wir halt jetzt am Augenblick den besten Punkt Aber auch nur im Augenblick, das kann sich jederzeit natürlich ändern Was aber jetzt auch passieren kann, ist, dass der Kreis dann nochmal nach ganz oben geht Da ans Amt Frank hier ist ja widerlich, widerlich, widerlich Im Liegensteißen Oh, ja, Frank hier hat ein Kind geboren Ist zwar aus Scheiße, aber es ist ein Kind Es ist ein Shitman Kein Schneemann, sondern ein Shitman Ein Shitman Ich sehe das Flugzeug gar nicht gerade Ich höre es aber Äh, der Drop landet wahrscheinlich im Water Shit out Oder vielleicht ist er schon unten Ja, da gelandet genau im Wasser Leider haben wir kein Boot Kannst du davon ausgehen, dass wir Leute eventuell hier lang machen und nur mit dem Boot hinfahren Man könnte an die Küste, da hinten ist ein Boot Da unten sind welche Auf der anderen Seite hier? Ja, ja Hä? Ach, das ist ein Push, wo drauf ich schieße Wahrscheinlich Wo sind die noch welche? Ach, da Ich weiß nicht, wie viele Meter das sind 1, 2, 3, 4 wahrscheinlich Also 400 Ich schieße die ganze Zeit den Felsen ab, obwohl ich drüber stehe Ich schieße die ganze Zeit und da muss ich schon last wissen Woah, ja Ich schieße die ganze Zeit Ich schieße die die fahren die fahren die fahren du schienst die ganze noch im felsen die kommen hier hoch vor sich die sind da die sind da da vorne wo ist der zweite von den ich sehe nur den ein baum da oben ist noch ein buggy der eine ist gerade abgeschossen worden hinter dem baum beim buggy liegt er bei dem tod auf da liegt er einfach mal ja ja weil schiebt du ja am buggy die ist tot hat sie die gesehen da hinten ja 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 aber ich kann nicht viel machen mit diesem scheiß auch das wird das viel zu viel machen ja ich schieße es mit der buße ja ja ganz gerade so wir haben eigentlich gerade echt einen guten spot du hast wirklich kaum noch money oder so hast du noch eine andere fernkampfwaffe nein dann lege ich dir mal die sks hier hin und mal 63 schuss davon dann hast du mal ein bisschen was ist aber das 8 darauf das kann ich eh nicht benutzen ich weiß nicht ob die im baum tot sind die haben nicht mehr geschossen der eine ich habe das gesehen dass rund um den baum so eine übelste blutfontäne gespritzt ich glaube der hat ein handy gekriegt aber währenddessen habe ich kein tod unten im chat gelesen deswegen bin ich unschlüssig ob der tot ist links von uns könnten auch noch welche kommen ja hinter uns sehr unwahrscheinlich das genau die hohe klippe ich habe keine ahnung wo die stehen die sind alle da unten irgendwo ja aber von wo im haus sehe ich niemand in den fenstern ah hinterm buggy hinterm buggy hinterm buggy gesehen der krass schließt sich eigentlich können wir hier ein bisschen noch abwarten weil von hinten kann keiner kommen nur von links 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 wo links 300 zirka ich sehe sie nicht mehr ich sehe sie nicht mehr das land pass auf pass auf pass auf der will weiter haben sie haben sie haben sie wir müssen weiter nach vorne kommt hinter mir her ich bin so dauernd ich muss halt er hat noch einer was große schmerzhaftes hier müsste doch immer noch ein toter liegen jetzt schon respond du hast beide kids bekommen du ja ich habe auch bein und du bist dass ich habe auch beide geschossen und kein kill bekommen ich guck gerade ob ich nur ein sehr aktuell nein sind nur noch sieben am leben aber ich weiß nicht man wo ich weiß ich habe nicht gesehen ich wüsste gerne wo er war aber platz vier erste runde ganz okay dafür dass wir am anfang fast fünf minuten gefühlt nichts hatten aber gar nichts das ist der stressig macht man dafür was ist warum bleibt er denn nicht im fenstermodus der macht immer voll mit fenster daraus irgendwann spannen ja ich hätte einen baum bleiben anstatt zu gucken wo da ist aber das hat mich interessiert hat mich erst interessiert wo der kunde rumhängt ich hab den leider ja ich war auch in ihrem baum als nämlich genau da wo du auch was getötet hattest du eigentlich noch ich habe noch ein kleines ganz groß ich hatte noch verbände ich habe noch ein medikit normales wurde schon gehört dass sie sterben wird das ganze teckel ist ja du bist eine mitte ich habe so nicht gemacht man team kameraden helfen ist noch zu sich weiß schon hallo boi ich bin kein mann ich bin kein mann ich bin ein girl blockier den bitte ne der hat mich weggeschoben wie er auch das immer geschafft hat schlechter blockiere ich bin zu leicht die granade ging aber gerade spät durch hat er absichtlich gemacht wahrscheinlich ich bin müde heute komm hochweiser nee hochweiser ist irgendwie so 0815 äh wo gehen wir hin äh hospital ja dann lass das versuchen aber ob es klappt ist was anderes ja wobei es sind sehr viele rausgegangen da könnten ein zwei teams runter wollen mit uns also machbar ja ja und ich hatte eigentlich drinnen bleiben ja da sind noch zwei raus also vorher schon bei uns könnten noch zwei sein darunter jetzt ich bin mir noch nicht sicher so am anfang ist es immer sehr schwer die zu sehen stehen die ganz hinten die halle ja ja ich versuche neben dir zu landen zur sicherheit erstmal ich weiß nicht wo die anderen beiden die arbeiten sind da links hin ich glaube wir sind safe aber ich möchte es noch nicht beschwören sobald die fallschirme drauf sind können wir noch mal gucken wir haben auch mindestens ein brot auto sehe ich leider gerade jetzt keins aber das heißt ja nichts doch da drüben ist ein jeep der drop ist gelandet der drops ist gelutscht ja nette halle ich habe die 50 wenn nur zwei rucksack haben jetzt kommen kurz meine halle ich habe keine waffe das war keine waffe das hast du dir eingebildet sieht nur aus wie eine habe ich gerade vor markt und der sks haben zwei pakete ja ich habe schon ich bringe dir mit ist besser wie gar nicht ich habe das geil noch gefunden aber ich komme mit der hier überhaupt nicht klar die noch raus die scheiße die gehörte die stadt und die berühmte ich habe nicht nur rauslegen die es gleich ist schon gut die weil die kann schwer aneinander schießen aber das magazin ist auch so ist denn schnell ich komme damit aber voll nicht klar mit dem ding ich weiß nicht warum ich bin da richtig schlecht mit ja ich wiederum nicht ich habe eine karte von kannst du dir auch holen wenn du willst ja dann dann nehm ich sie halt dann ich brauche dann auf jeden fall die m16 und wenn du findest weil ich habe hier gerade in waffen setup besorgt ich nun für dich finde ich wieder was für mich nicht weißt du wie immer halt naja trifft sich gut ist der ak niemals ein oder selber munitions typ ist ja das habe ich auch schon auf genug gesagt und hat sich gejuckt nein ja aber es gibt es bei der skype glaube ich nicht ja doch jetzt mittlerweile die m14 ja aber es gab es ja auch vorher schon dass du die reine war ja im 14 war schon ganz richtig ich bin mir aber auch nicht einhundertprozentig sicher also wo ist die oben unten die war unten irgendwo direkt am anfang glaube ich hat sie es zwölfk ja nehme ich mit warum nicht ar schalldämpfer nehme ich auch mit ich nehme dir mal noch mehr muni mit ja hier liegt noch eine sks und noch eine skl heilung zweierweste heilung du solltest nicht die schuhe nehmen zwei pakete bisher ich gucke auch immer alle römer an einmal kurz jetzt hätte ich noch gerne ein zweier helm dann wäre ich erst mal ein bisschen happier ich hab geschossen kurz noch rum putze ach was will ich denn damit sind das brotpunkt du hässl und paraten kind einmal muni für dick lag er einfach so alleine auf dem balkon ohne waffe ohne alles dann hast du schon mehr muni für mich gefunden aber noch das geil ich nehme es zurück mittlerweile habe ich auch ein bisschen muni kommen immer noch einen römer punkt mit nur was kann ich so gleich an dich abdrücken ich hab schon eins ich hab einen vierer gefunden das ist gut was war das andere da für sr könnt ihr euch mitnehmen das vorderteil dann kompensator für die sr noch mehr damit für dann sks weil sie den auch wieder eine einzelne es ist derjenige muss gestorben sein sein ich habe ein vierer stopp für dich gefunden ja dann brauchst du von mir keine heilung mehr und ab wie war sie welchen kreis relativ am band aber ja da wo ich meistens hinläuft steht meistens mit körper für hk habe ich entscheidend gefunden für dich wenn du willst aber erst mal heißt auch oft die passt auch auf der m16 ja ja das stimmt das sonne das m16 nein aber der an der schalter verpasst wird auf die m16 ja ich hab ja einen drauf aber er passt bei dir halt nicht doch eigentlich ja aber nicht auf die andere weil du hast du hast mich verwirrt weil dann die backen sr ist nur für mich es war ja helms war es dort nämlich auch hier will das zwei ding mitnehmen danke ganz so viel schrothie muni brauche ich jetzt auch nicht schmerzmittel so ich würde gerne langsam mal ein bisschen muni loswerden und ich hätte gerne mal erweiterte magazine eins habe ich aber das ist bei mir schon drin weil er hat noch geld gefunden und lieben ja dann kann ich meine weg tun zwei brauchen war ja nicht jeder nene dann tue ich mal in die letzte woher die es gab wenn die erste als lehrer ist kein bestand mit allerdings dann kann es doch einfach wechseln ja wo ich gewechselt das ist mir egal such dir selber ein zweites obwohl ich ein dreier rucksack habe bin ich fast voll das nervt ein bisschen das ist ja auch nicht schwer aber ich hätte lieber drei hem und der dreier das ist ja auch noch nicht nehm ich einfach muni mit du musst dir bedenken ich habe auch noch 120 habe ich für dich ich habe 150 für dich wir sollten uns vielleicht langsam mal treffen ok ich habe noch mal 30 mehr wie logisch das ist jedes mal ich finde ich für dich muni und du für mich das ist schon strange stranger things manno ich fand den lustig da hat er wieder seinen affen raushängen lassen wir brauchen eine brumm brumm voll entfahrten maschine ich habe hier noch ein halb paket oder ein dreier helmen ich habe zwei aber vielleicht finde ich ja noch eins ich fange gleich an der karmoni wegzuschmeißen wenn das so weiter geht ich finde die ganze zeit nach der hk darum geht es halt das land der akars ich kann noch nie mitnehmen das ist kein dh heilung ich kann doch keine mehr mitnehmen ich habe gerade extra noch mal prüfen müssen ob ich nicht wirklich ein dreier rucksack an habe weil irgendwie fühlt sich das an das hätte ich kaum was dabei bin aber voll hm das kenne ich ich habe auch noch keine weiteres magazin gefunden für mich hier werde ich die anal einfüllen das ist ja schon klar wir lachen einfach mal 62 mit dem scheiß gepackt nächstes mal musst du da nimmst du die richtung die ich laufe ich bin ja einfach spontan nachher anders abgebogen ist kann weg nur in millimeter kein weg kann ich jetzt das ding mit dem ja ich glaube ich bin so gut wie voll ich bin voll die ganze zeit ach gut ich kannste mitnehmen ich muss schon so ein bisschen weiteres magazin gefunden na toll ja das nehme ich doch gerne ich kannste nicht mit dem steckste auf deine waffe oder so was weiß ich die isa schiffen ja ja ich bin denen deine ne ich komm zu dir ich habe schon 50 schuss für dich rausgeschmissen weil ich nichts mehr trage hier warst du schon mal glaube ich ja hier waren hier waren 62 ich bin hinten am rand an den häusern ich weiß wo du bist ich bin mit den blicken ich habe da noch was für dich habe ich gehört ja ich habe gerade drei ich sehe ich habe was ich du hast schon drei ja ich habe drei solche dinge ja dann nehme ich wieder mit hast du und so für eine dinge drei schmerzmittel okay davon brauchst du auch nicht so sagen ja das war alles rum noch mal fünf weniger dann nehme ich wieder mit passt es ja gut wenn ich dann jetzt kann ich glaube schon mitnehmen ja ich wollte gerade nehmen egal das ist ja ich brauchst du eigentlich eh nicht ja eigentlich die kugelswärfel ne so sechs kugeln müssen da bleiben ich bin voll ne warte 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 ich kann ja auch noch nicht mehr ich habe ich so vier kugeln kann liegen lassen ganz ehrlich du hast du ein weites magazin für mich hier irgendwo ja das muss schon ausgeworfen irgendwo hier liegt kein ich habe ein verband mitgenommen jolo komm jetzt das haus hier vorne können wir nur looten und dann warte mal der kreis hat sich wir können hier bleiben wir können weiter looten oben ich habe das im urin gehabt wieder ja und ich singe gerne die sache mal mal warst auch vollen also brauche ich für dich auch nichts mehr nutzen ja das konnte dir nur noch selber nutzen ok ich habe nur granat aufgehört stimmt hat noch keine granaten ich habe schon drei granaten eine blend ja wenn mich eine richtige granat haben für selbstmord nach und selbst noch keine gefunden ich auch nicht nicht eine einzige schnellwechselmagazin ist er ein dunkler zweihelm gefällig was ist im bad schatzi wenn du mal das ding erweitert ist ja 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 und der ist sechs schon wieder an meine kleine spröder mutterkuchen johnny ich bin mehr als voll dass mich in ruhe mit energy ich werde schon nicht einschlafen ja es gibt ja energie zurück also es macht schon in real leider nicht naja es gibt ja auch real energie zurück ja ist doch so ich merke davon meistens nichts ja auch mich ja wenn du nur einmal zwischendurch trinkst merkst du das noch aber wenn du anfängst regelmäßig zu saufen ist der effekt weg ich trink's nicht regelmäßig aber das kapieren die leute gar nicht wenn die das so wie hier youtube oder so leute das streamer die das da tonnenweise saufen die kapieren nicht dass hier noch ganz viel ak-money ist und ein highpack hier ist noch mal eine ak plus drei pakete magge also money für dich drei pakete wohl sind hier bin schon auf weg man wenn du reinkommst direkt links ok wenn du jetzt aber drum holst ist es nicht mehr liegen was ich habe ich habe geschossen ich habe nicht geschossen weil es wollte hier drin irgendwo was denn ich habe meine granaten achten im raum und hier machen auch noch was ja 318 das ist der für deine weise wie viel schuss ich habe ich habe 450 weil er jetzt wird herauszuschmeißen und einfach noch mehr im 16 und mit mit warte mal liegt hier noch ein jahr noch ein magazin für mich jolo da ja damals nicht mehr ich würde gerne ich würde super gerne auf das halbpaket mitnehmen das kann ich ich will dass ich habe es mir selber gegönnt so ja ja die granaten brauche ich aber nicht die du da geschmissen hast diese kackwurst sparken hier ist noch eine muni für dich einmal ich brauche keine muni mehr für mich ich bin voll ich habe noch ein erweitertes magazin für unsere knarren gefunden habe so ja siehst du jetzt weiß wie es mir geht ich brauche für meine dings er braucht für seinen schnibbel wo bist du ich muss dich mal zerschießen alter ohne witz ich habe noch nicht einen springer also ja aber gerade erst und ist jetzt nicht so weit außerdem hast du irgendwo hinter dir ein jeep dann hol doch den jeep kurz und nimm mit du posten wie kann man das auch gar nichts machen mit mir keine muni kann man das auch und in der schweine muni mehr mit dann lass es doch hinter dir ein stück an der straße da ist definitiv einer ich habe selber da gesehen nein der ist ganz das ist grüner diesen ganz fischikowski das kann doch ich nicht wahr sein jetzt 0 kann hat ihn niemand bewegt ich war nicht drin da steht auf dem zaun der typ dann ist das schon ein kaputter zahlen gewesen vielleicht ich komme nicht weg kannst du mal den zahl zerschießen ich renne jetzt drei kilometer zu dir zurück um den zahl zu zerschießen ich habe ja sonst nichts zu nehmen kann man nicht zu schießen dann solltest du die wenn du da ungefähr hinläuft nach rechts da glaube ich steht motorrad in drei ich würde sagen ich möchte später granate drunter war ich höre gerade das motorrad das ist den grad runter zu packen ich habe nur noch ein rad drauf wie man deine versuche bis hier hinten hin wsp ich sprach gerade vorstudie guck mal ich habe es erledigt naja wir könnten auch das boot nicht aber Ich hole gerade mein 3er Motorrad Wenn du da kurz wartest, komme ich zu dir Wenn ich das irgendwie da hinten durchschaffe Das Ding fährt sich abwertig und mit Reife gebaut So ein Witz Geh weg, der brennt Jetzt ist er frei Auch wie schön hoch der gefliffen ist Jetzt sollten wir auf jeden Fall ein bisschen heilig haben Ja, wir sind eh schneller als das Ding von daher Mit dem Ding weißt du aber, wie schnell du einen Unfall baust Du lenkst einmal ein bisschen zu sehr nach rechts und zack, bist du auf der Seite Weißt du was, noch viel zum Knopf, um deine Mates rauszukicken Ja, soll das Fahrrad deine Mates rausschmeißen, wäre voll witzig Ich glaube nicht Wir brauchen eigentlich keinen Loot mehr, warum reden wir immer genau wie ich looten? Hier war schon jemand Ich war schneller Wie groß ist denn der Kreis noch? Ah, der ist schon fast ganz klein Wir könnten in das Haus da vorne gehen Hatten wir ja nicht schon mal einen Kampf? Ja, schon öfter Wir hatten ja schon fast über einen Kampf Wir hatten nur noch keinen Rhein-Wasser-Kampf Das fehlt noch in unserer Liste Hör mal auf Ich hab schon, aber da bin ich leider vorher gestorben Naja, also hattest du kein Naja Ich hatte die Situation Wir müssen aufpassen, dass hier irgendwo noch einer rumkugelt Was durchaus möglich sein könnte Ja Ja Yes, you're yummy, yummy Yummy, yummy, yes, you're yummy, yummy Hier unten ist safe Ich mach mal die Türen zu Ja, ich mach unten auch immer die Türen zu Wenn ich geguckt hab, ob das safe ist Dann weiß ich nämlich, dass da keiner ist Hier können wir aber nicht allzu lange bleiben Hier fehlt ein Fenster hier auf der Seite Hier so da, wo die Treppe ist irgendwo Ein Link von uns wird geschossen Ich vermute mal, die sind da noch Das hatte ich eben auch schon mal vor Aber ich hab's gelassen Wenn du mal aufhörst, das war mein Beziehung von Zürich Könnte ich vielleicht auch was sehen Ich dachte, was hatten wir für Handfälle da Fandst du nicht gut? Naja Also ich fand den nicht so schlecht Das müsste man erst treten Der Kreis kommt Heißt, der verschiebt sich gleich wieder Ich muss pipinieren nach der Runde Stell dir mal vor, du bist unwissen, klein, jung und willst streamen Und dann sagst du, ich muss gleich mal ganz kurz unanieren Statt urinieren, so unanieren Oh Gott Wir gehen erst mal am besten darüber Oh Gott Hat's geschafft? Ja, ich auch locker, easy Ja, bei mir spackt das manche rum Da zuckt das so wie so ein Hecht Wie der gerade gefangen wurde Ja, das habe ich aber durchgehend auch immer dann Das ist so nervig Ich merke dann halt trotzdem, ob es jetzt geklappt hat Und dann erst weil ich auf dem Fenster stehe Genau, weil du dann so halb im Fenster glitzt Dann weißt du, ah, okay, hat geklappt Yes, yo, yummy, yummy Yummy, yummy, yes, yo, yummy, yummy Guck auf den Häusern Ich gucke gerade im Wald Ja, ja, da gucke ich auch da, wo die Schüsse herkamen Davon blauen kreisen Blauen kreisen Da könnte immer noch wer kommen, sag das nicht Ja, ja Wie, wo ich mir immer so sich Vor uns ist jemand Genau gegenüber des Hauses Wo? Richtung? Hier, hier, direkt gegenüber vom Haus hier Hab ihn Was? Hier muss noch einer sein Ja, ja, der ist so um die Ecke Hab ihn Lass uns ausrecken Ich muss mich erst heilen, bevor ich was mache Die liegen hier direkt links um die Ecke Beide tot Ja, wir brauchen die Instituenten Wir sind voll ausgestattet Noch voller geht's gar nicht Darum fährt ein Schieb Der ist ausgestiegen Tot Unter dem Schieb geschossen Tot Bester Clever Warte mal, was hat denn der, der, der denn Oh, ne Spittergranate Die Nächste Äh, Kreiskorn, 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 Kreiskorn Wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg Ja, ja gut, dann gehen wir halt Alter, macht der Damage Ja, weil das ist einer der Letzten Ist sicher, warum der mit dem Jeep da oben gefahren ist Das Beste, der Typ, der steckt aus, liegt unter seinem Jeep Schieß drauf tut Oh Gott, ich schaff's nicht Ich hab's bei Ende Oh, du musst weiterlaufen Bringt gar nichts, wenn ich heil, oder? Ich bin mir nicht sicher Oh Gott Ne, ich klau mich mal zum Heil Ich hab's auch nicht geschafft Ach Mann, was war das denn? Warum sagst du das denn so spät, dass der Kreiskorn Ich hab den erst gesehen Nachdem der hier vorbeigezogen ist Ich sag grad, so, vielleicht hat einer ja noch eine bessere Weste oder sowas, ja Dem einen Hab ich Dreierweste und Dreierhelm Bis auf gefühlt einen Millimeter runtergeschossen Mit zwei Kurvenstrimmen So, hä? Ein bisschen übertrieben, aber okay Hör, wir geben auf dein Töpfchen Ja, ja, bis gleich Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 eigentlich nicht aber ich habe eine rutsche mit saufel und muni ja saufel ist eigentlich gelogen 105 na 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 hier hat das ding auch endlich ja habe ich mich auch gerade gefragt doch sich hat noch eine tür m16 muni nehmen schon mit ich wollte gerade sagen ich habe eine mini 6 eine mini 14 gefunden auch so mini 40 nicht genau ich habe immer m4 gesagt ja weil du mich hartes ist ja und was bringt dir genauso viel wie mir doch du kannst ja noch die mini 14 aufmachen ja ja kann ich locker ist ja ein scharfschützengewälder johnny mc schmeißfliege der wahl hat er da war ich noch nicht drin bei mir ist eine schrotflinte zwar nur die zwei aber es wäre vielleicht besser wie gar nichts wenn du nix hast doch die 18c ich wollte gerade sagen irgendwann müsste ich doch mal eine 18c finden ich kenne das gefühl ich komme zu dir und dann hauen wir mit dem jeep einfach ab naja ich würde auf das dach geschossen ja ich würde sagen wir nehmen die tippe unten ab dann gib mir mal ganz kurz noch den vierer hast du schmerzmittel? öööö ich habe nur heilung egal 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 komm einfach jetzt erstmal okay ich sehe jetzt die chrome werfen das ist ich sehe, ich sehe bei uns ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe Ich wollte dran vorbei, aber der hat nicht mehr stark genug gelenkt. Und heul nicht. Ich hab nichts gesagt. Du hast einen Facepalm oder sowas gemacht. Ja, das hab ich nicht gemacht. Nein, leise eigentlich nicht, weil es da schon weh. Ich muss mein Mikrofon entfernen. Dann hat er dir mehr weh getan, wie man ihn gehört hat. Perfekt. Ich will nicht da sein, ich will lieber da sein. Du? Das Baum! Schüsse! Schüsse! Ich hör keine Schüsse! Die schlagen dir ein in das Gesicht! Ich verschieße dich gleich! Ich hab's sogar gesehen, du Arsch! Bleib still sitzen! Sonst musst du aussteigen! Er hat nichts. Schüsse! Wo soll ich eigentlich hin? Scheiße, ich hab die Orientierung verloren. Nach da müssen wir. Okay, hab die Orientierung wiedergefunden. Man sollte sich nicht schnell rumgucken und dann im Kreis fahren. Das ist total verwirrend. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich wollte gerade sagen, ich könnte meine Energy brauchen und was habe ich denn Energy? Was zum Geier machst du da? Hüpf! 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 ganz so musik warum schießt du ich wollte mal gucken wie die 18er mitteiligen hier liegt die umpt brauche ich auch nicht, ich hab ne schnellfeuerwaffe hast du die hier? wir müssen weiterkommen du Fickschnetzel was hast du verinnert? Waffe? dieselbe wie du mit Schalli? ne mit erweitertem Magazin? ne noch nicht ich hab nicht mal erweitertes für mein Auto was? de ich will nicht mehr leben mit dem ja doch das geht eigentlich wenn ich äh wir müssen ja jetzt so schnell gehen und noch fahren du schießt und wir fahren in die Kugel rein oh da war schon jemand in den Dingern? ach weißt du was, scheiß drauf schießt uns Alter das schießt ja wirklich schwer ich tanzu ja auf dein Auto weil warum Na ja, tanzen würde ich das nicht nehmen, ich würde es einfach hindert sein, jetzt mal geht es nur links nicht rechts, also du wechselst die Straßenseite. Wenn du meinst im Auto noch kurz die Position zu wechseln? Ja, links, rechts, ich war ein Pfff. Oh, ein 8er, nehme ich mal mit. Man weiß nie, warum man den 8er gebrauchen kann. Ich wäre mal für eine größere Waffe dankbar. Notfalls schief ich so Franky, ich wäre in den Hintern, hätte es ja die UMP mitnehmen können. Ja, ich habe auch gerade eine UMP, ich habe nur die Muni mitgenommen, aber ich meine was größeres als die UMP, weil, das kann ich ja meine jetzt behalten, das ist genau das gleiche. Naja, nicht wirklich. Aber dafür finde ich ja Heilung angebot. Ich habe auch schon zwei Heilpacks. Du hast... Ach, weißt du was, denn lass ich die Pistole halt weg, greck mich doch. Ne? Ne? Auto? Fisch? Weiß ich nicht. Muschi? Weck mit der UC her, mit der UMP, zweimal... Nein, ich habe ein bisschen was. Ich habe zwei Packs. Vier Packs, vier Schmerzmittel und ein Energy. Noch was dazu zu sagen? Fick. Brauchst du mit zwei, weißt du, du Jude? Hab ich einen. Da kommt ein Jeep! Jo, hab ich gesehen. Aber die sind wahrscheinlich bis auf der Durchreise, hoffe ich. Die haben angehalten. Die sind... Der eine ist bei mir drin. Scheiße. Noch mal rein. Ist er tot? Ja. Pass mal lieber auf, dass der andere nicht kommt, statt hier meinen Loot zu klauen. Das ist eine AK für dich drin, du Ficker. Genau. Äh. Du hast ja überall die Türensperre angelegt aufgelassen, ne? Ja! So hätte ich mich mit denen aber sonst jetzt auch nicht holen können. Schade, dass ich sein Ding zerstört hab. Äh. Der andere ist in dem Nebenhaus. Mhm, könnte ich mir schon denken, deswegen hab ich die Tür zugemacht. Ich hoffe, dass er hier rüberkommt. Schließt so, dass er mich eigentlich nur nicht treffen könnte. Ich glaub, er kommt. Nee, nee. Schließt du? Ich hab so einen Reifen zerschossen am Jeep. Ja, wir haben aber auch noch einen Jeep da. Da braucht es den nehmen. Ja und? Ja. 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 Kannst du mir vielleicht ein Halt-Paket geben? Du hast doch vier. Sieg. Danke. Wie viele Energies hast du nochmal? Nein. Scheiße. Ich weiß nicht, wo der hingerannt ist, ich hab das nicht gesehen, leider. Es könnte auch nur einer gewesen sein, das weiß ich leider nicht. Willst du deinen Vierer wieder? Ach ja, ich hab für deine AKS was? Okay, nee, das Wort ist, äh, Granaten. Ich geb dir dann mal deinen Vierer wieder. Okay. Das hat sich mal Granate angehört. Ja, das war ne Granate. Das war ne Granate. Hast du das mir gegeben? Ja, aber das hab ich zwar schon, aber egal. So wusste ich nicht. Lassen wir euch hoch an. Ich hab ne Granate, zwei Stück. Ich hab gar keine. Gib mir mal bitte eine. Mein Spiel fängt an zu lenken. Hm. Ich muss gucken, der kann auch von hinten auf den Berg schießen, wenn der slow wäre. als ich würd's zumindest so machen. Können wir von Berg rein und dann hier schön durch die Fenster schneiden. Oder der geht rüber und irgendein Haus und schießt von da. Das kann natürlich auch möglich sein. Ich wollt grad sagen, ich könnte rüber auf das mit dem Dach rennen. Ja, aber der hat ja schon die Granate geworfen. Ich weiß nicht, wo wurde er die geworfen hat. Wahrscheinlich nicht von hier. Er hat mich nicht abgeschossen, als ich da vorne stand. Ich hab Granate ins Haus geworfen. Ja, was hat dir das gebracht? Das war erst mal erschreckt. Ich bin grad extra mal kurz nach unten. Wenn er denn noch hier ist. Was ist? Warst du hier drüben schon drinne? ja ja bis auf der du hast gesagt soll darüber geht da drüben war es drin das zweite haus habe ich nicht genutzt nein 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 ich wollte nur wissen ob die hier drinnen waren ja ich sehe ehrlich gesagt auch wenn man weitergehen der hatte kaum noch da aber auch granaten kann ich nicht also ich habe das haus im blick also bewegen tut sich da nix ist er wahrscheinlich weg wenn das überhaupt eine granate war warum hast du das jetzt gemacht ich sehe doch kein ich gehe auf den musiker dann viel spaß beim spielen so viele sind ja nicht mehr im leben ja ja beschwör es halt wieder ja 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 Brauchst du einen Zweier-Ruckzack? Oh, der Kreis hat sich verschoben, wir könnten... Verrückten, wo sind wir hier eigentlich? Im Wald. In den gelben Häusern könnten wir gehen. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Von da unten sehe ich keinen kommen muss ich sagen. Ne ne der ist wahrscheinlich mit rüber zu der Stadt hier drüben gekommen. Da red von dir kommt ein Jeep. Rechts von mir. Den sehe ich aber nicht wegen Bäume und so. Ah da drüben laufen welche, Bewegungen, östliche Richtung. Dann sind die zwei die ich gerade gesagt habe. Die sind aber nicht in Jeep. Ja die kam aber von dem Jeep. Siehst du sie noch? Ne ne. Da vorne beim Stein der geradeaus. Aber weiter geranntes weiß ich leider noch nicht. Sehe ich auch praktisch. Der ist da vorne beim Stein drüben. Ich weiß nicht ob es zwei waren. Ich weiß nicht ob es zwei waren. Der ist da vorne beim Stein drüben. Ich weiß nicht ob es zwei waren. Ich glaube die hat sogar unseren Jeep genommen oder? Was auch hier oben ist noch ein Felge ne? Nichts ob da einer noch hat. Guckst du da hin ich geh irgendein. Okay. Okay. Ich komme von hinten. Ich sehe keine bei den Felgen. Der muss also weiter gerannt sein hier irgendwo. Ja die sind definitiv einer. Lauf doch nicht so laut rum. Ja, rechts von dir müsste der dann irgendwo sein, der hält. Ja, ja, da. Das ist eine kleine Sau. Die sind gar nicht wieder runtergerannt. Da hätten wir sie nämlich schon lange nicht mal sehen können. Ich will gucken, ob der Kreis genau hingeht. Der hat sich grad verschoben. Ja, ja. Aber ich sehe ja auf der Minimap nur so einen kleinen Kranz. Ich weiß ja nicht, ob das alles ist. Wir könnten hier zu den Bäumen da vorne gehen. Wir müssen doch mal nach hinten gucken, ne? Du ich, ich gucke mich in der Zeit schon an. Okay, die sind definitiv hier unten, äh äh äh, beziehungsweise hier runtergelaufen. weil die Tür vorne ist. Ja, aber die können davor schon aufmobilden sein, das weiß der leider nicht. mit dem ich kann leider nicht schießen. Sie ist ... ja. vielleicht wenn der nein 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 bleibt liegen bleibt liegen bleibt liegen das sind zwei der halbten kommt noch einer also ist noch grad einer lang gelaufen die sind so schräg runter gelaufen ja ich hoffe da vorne ist er wieder der zweite muss aber auch noch sein oder ja der ist nach links der andere nach rechts gesplattert versuch du mal den zweiten den ersten hab ich im blick der hat die höchste kassiert aber was schießt du hab ihn hab ihn hab ihn down der mate muss da auch irgendwo sein ja aber nicht hier unten der ist wahrscheinlich durch den waldfeld durchgelaufen vermutlich ne der muss da vorne irgendwo bei den bäumen sein bei einem davon da sind aber noch welche der hat einer von da aus der richtung wo du hinrenst hat irgendwo einer den anderen gerade angeschossen wo siehst du einen auf der anderen seite am felsen das ist auch hier vorne sind ganz viele häuser ich kann in den fenstern leider nichts sehen da ist doch gar keiner wo du hingeschossen hast da steht aber in schien guck mal siehst du die kiste von denen ich getötet hab den muss da irgendwo bei dir liegen wo du gerade rumjonglen hießt ich hab die frage ich bin ja nicht mal wo du den getötet hast das ist ja das problem irgendwo hier ich weiß auch nicht genau wo das war ich hab ihm nachher einfach in den rücken geknallert da vorne sind auf jeden fall welche ich sehe noch keinen hat er vorne beim baum ein aufschluss welcher baum komm mal ein stück weiter mit wo willst du hin in den kreis rein ach ok den müssen wir doch hier hoch krass hast du was geschehen ich war mir nicht sicher ne von hinten kann man eigentlich nicht mehr ausschossen werden ja ja das ist jetzt eher unwahrscheinlich ich soll jetzt lieber hier hinten gucken weil vielleicht kommt die jetzt gleich hier hoch oh wir müssen schon wieder weiter ja ja aber nicht bewegen erstmal das reicht locker wenn wir in einer halben minute da runter rennen noch sind wir relativ safe ich hab halt kaum noch money das ist mein problem du hast M16 ne ja hast du noch hast du noch ne ich hab die nicht hab ich M16 ne ja zum chart schütten gewehr reicht es noch ich hab nur noch 9 ja 9 habe ich mehr als nur keine angst ich wollte nur über den hang gucken können ja der hat noch einen in der mini kürzel irgendwo ja der hat ihn nicht ne pass auf ne pass auf ne ja der hat ihn nicht der hat ihn nicht ja der hat ihn nicht er er hat ihn nicht hat ihn nicht er hat ihn nicht hat ihn nicht das über jetzt gut es wir Vielleicht ist es ein Sämpfer, um ihn zu hängen. Hinten. Ne. Huuu. Auch da! Da! Und 210 Grad. Da hinten. Also, dass von hinten noch jemand schießt. Ne. Ich halte es sofort. Hast du den erwischt eigentlich? Zweimal geschossen, ja, aber nicht getötet. Komm, 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 schluck, schluck, schneller, schluck, schneller, schluck, schneller, schluck, Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Mein Helm ist tot. Hm, ich wills meinen. Dürfte aber hier keiner mehr sein, also da. Oh, es sind nur noch zwei am neben, Dani. Jaja, nicht übermütig werden. Es sind aber bestimmt da oben. Gehst du den Ball? Äh, ich stell mal auf Auto. Der Kais kommt, ich weiß nicht, ob du noch drin bist. Jaja, ich bin drin. Die müssten da oben vor uns sein, theoretisch. Verlade? Ich geh auf der anderen Seite hoch. Er hat mich, er hat mich, er hat mich! Bitte, Franky. Der ist hier, der ist hier, der ist da, wo ich liege bei einem Stein. Der ist da, wo ich liege bei einem Stein. Direkt dahinter hockt der. Der hat doch was Großes, ne AKM? Ne, die hat zu. Fuck! Nein, nein, war das knapp! Meiiiiiii! Oh nein! 340 fucking Punkte, keine Killpunkte! 410 hab ich! Ich hab drei getötet. Och Mann, wie knapp! Hätt nicht was Besseres wie diese scheiß UMP9 gehabt! Och! Ich hab dem ja schon das halbe Magazin UMP9 reingedrückt und der ist nicht gestorben. Och, fuck hell! Ihr habt den Zug auch, glaube ich, getroffen noch, ne? Jaja, du hast einmal mindestens getroffen, aber das hätte nicht gereicht, glaube ich. Und den zweiten hier, den hab ich auch getroffen, der war auch in dem Busch. Ich hab den Wackeln sehen, der hat draufgehalten, das geht. Ich hab ne Granate hochgeschmissen, hättest du vielleicht auch erst tun sollen. Ich hatte keinen! Danke, mein Engel! Wer war die beste Runde seit Wochen? Och, das... Ach, dein Schwesterchen ist ja auch mittlerweile da. Och, fast Platz 1! Fast Platz 1! Ja, das war knapp! Nur der richtige Schuss hat gefehlt gerade. Aber... Und seine Taktik waren gut, die von links und rechts einzuschließen. Aber die haben damit gerechnet. Hättest du auch einfach seine Granate hochgeschmissen? Ja, die Taktik, die war super, weil die könnten eigentlich nur irgendwo an dem Fels rumkugeln. Ja. So, ich muss das mal ganz kurz hier wieder auf Fenstermodus stellen. Boah! Das dauert zwei Sekunden, du Jammerlappen! Nein, das war nicht deswegen, nein, das war das Erholungsrohr. So, du hättest grad nicht viel angespannt. Boah! Jetzt hat der... Ich hab das Fenster verschoben, jetzt hat er's wieder großgezogen. So, so, so. Das wär das erste, erste Mal gewesen. Das war fast unser Schicken, ja, Mann. So, von los kann's weitergehen. Das war fast ein Schicken, verdammte Kacke. Und das, obwohl ich keine gute Waffe hab. Für die Situation war mein scharfes Gewehr voll der Popo. Hätt ich... Boah, ich hätt... Hätt ich auch noch scheiß GL oder so gehabt. Hätten das gerissen wahrscheinlich. Ich hab denen halt das ganze Magazin reingedrückt, aber die neuen. Macht halt am Ende kaum noch Schaden, wenn alle voll ausgerüstet sind. Ja. Das ist mein Perspektiv leider. Die hat erst mal 6 Anlaufe gebraucht und... LOL. LOL, wie geil war das denn? Die schreibt halt gar nichts. Nö, dein Schwesterschen ist heute ein bisschen schnell. Hätt er mich mal Chi Chi schreiben können. Hätt er mich mal Chi Chi schreiben können. Oh, Mann, war das knapp. Das war auch... wieder... stau spannend. Das Ende ist immer das Schlimmste, finde ich. Ich muss mir mal ne 7 Killrunden überbieten, irgendwann, in den 100 Jahren. Aber mit 7 Kills war ich schon echt im wahr, für meine Verhältnisse natürlich. 6 hat ich auch schon. Da unten wieder? Aber da leider musste ich... da leider musste ich leider einen von euch opfern dann. Oh, so weit gefutscht. Das sind noch, ich glaub, 3 oder 4 Teams drin, maximal. Mit Stefan hätten wir das wahrscheinlich nicht geschafft. 2 sind weniger. Jetzt sind noch 2 Teams. Na klar, ich denke schon, aber dann geht das. Also... Nichts ein Krisch runter, es ist noch voll weit. Mhm. Wir wollen auch darüber, 2. Ich nehme wieder die Hinderung. Du kannst... Jaja, du kannst doch runterfliegen und dann wieder leicht nach vorne und dann kommst du schneller vorwärts. Ich weiß nicht, ob die zur Halle wollen oder weiter wollen, aber... Du bist über mir. Ich geh... Jaja, ich will gleich bei der Halle landen. Bei der 2? Hier, bei denen in der Mitte. Ich muss da drüber, weil ich noch so hoch war. Ich lande genau im Eingang. Ja, ich will dich doch verarschen. Danke, Spiel, dass ich keine richtige Waffe hier drin habe. Ja, ich habe auch nur eine ACRP. Ich bin schon aus der Halle raus bei mir. Schwab, bist du auch mit rausgehst. Ich bin schon draußen. Wohin? Brennst du? Ich habe ihn mit der Forst getötet. Also jetzt ohne Wind. Leih. War das nur einer? Jaja, der war direkt hier vor. Der andere ist auch, der links irgendwo. Der hatte nix, der hatte nix. Außer ne Weste vielleicht. Der schießt, der schießt, der schießt. Von links. Aus dem Haus. Ich komme nicht dem Felsen runter, der ist im Haus drin oder so, oder? Ich habe leider nicht... Ich weiß leider nicht, wo er war. Der ist hinter dir, der ist hinter dir. Der geht gerade in die Halle rein. Da, da an der Tür. Da komm raus, da komm raus. Ach, du hattest schon keine Waffe mehr. Ich hatte überhaupt keine Waffe, kapierst du es nicht? Wow, die kleine Aktion, wie du hochgejumpst bist. Ja, nice. Ich wollte ihm eine reinhauen, aber der war leider schneller. Ich wollte ihn ausknocken. Nimm mal, dann habe ich auch einfach einen Sprung kick gegeben und der ist sofort down gewesen. Also wirklich sofort. Dann habe ich mich dann... Hätte aber klappen können, wäre schnell gewesen. So, jetzt nochmal Fenstermodus. Warum geht das denn immer da raus? Der Typ, der ist sogar bis vorgerannt, weil er dachte, dass du da vorne bist irgendwo in der Halle dritte. Weil ich genau dahin gezeigt habe im Kopf. Ich war... Ich war doch in der Halle. Ja, du bist außen rumgelaufen dann. Ja, ja, ich wollte von hinten. Der hat damit gerechnet und da wollte ich um die Ecke springen und ihn halt ausschalten. Ich hätte einfach in die andere Richtung rennen sollen. So geheimmäßig so. Und der dachte nämlich, ich will den umlaufen, aber... Hätte ich eine Waffe gehabt, hätte ich ihn geholt. Aber ohne, naja. Hey, aber ich habe einen mit der Faust verprügelt. Habe ich schon lange nicht mehr hingekriegt. Ich hätte die ACAP-Knache mitnehmen sollen in meiner Halle. Ja, toll! Ich habe eine mitgenommen, ACAP. Also meine. So schnell konnte ich aber nicht reagieren, als der dann auf mich eingeprügelt war. Ja, hättest du schlagen sollen und dann die ACAP-Knache holen. Ja, und dann wäre der andere gekommen und ich wäre tot gewesen. Nee, 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 nee. Da war irgendwo drüben bei den Häusern. Der wusste noch gar nicht, dass wir da sind. Also... Natürlich wusste der, dass wir da sind. Natürlich wusste der, dass wir da sind. Spaß, die hat mich blockiert. Komm, gerade für... Ich erzähl wieder nicht. Bleib zu stehen, da kommt er nicht weiter. Passieren Pfeift, ihr könnt losgehen. Oh Gott! Mimimi, Mimimi, Sexy-Mimi, Mimimi, Sexy-Mimi, was?! herr könnten noch mal schule gehen in der Welt hört zum Abschluss der letzte Runde denn? ich glaub wir haben 15 Uhr du 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 sollten wir das mit der Schule doch lassen ja deswegen dann lassen wir lieber nach jasna weiter fliegt dann gehst du zum beispiel darin und ich gehe hier hin oder du nimmst das hoch aus und ich nehme das 32 oder wir fliegen noch durch bis zu den drei jahren die dreier da oder was ja ja die reihe da vorne wo die roten aus sind und ich das in der mitte oder ich wollte euch denn das in der mitte auf die ich dann das links ist egal ich gehe ich da rein da wäre auch einer runter da sind zwei sollen wir zu den dreiern da gehen hier zu den anderen drüben ja dann nehme ich aber das erste oder sonst komme ich nicht mehr auf das andere ich schaffe es mit viel glück noch ordentlich auf das da drauf zu kommen warte was soll ich mit einer schrotflinte oben auf dem dach die runde hat mir gute laune gemacht ich habe ein vierer scoff und den mache ich jetzt auf meine schrotflinte das wäre das wenn es gehen würde das meinte dann ist halt auch meine 16 wenn ihr das lieber ist ich möchte euch mal verschlagen ich habe die scheiß schrotflinte ich habe die schrotflinte meine schlussende ist schon komplett ausgerüstet bitte bitte ich rüste die hier aus bin ich viel zu faul für doch spiel gerne mit der schriftung der eigentlich ja spielen damit tue ich auch aber auch so ist es trotzdem nicht weil es ist ein arbeit für mich ist da alles aus was ich finde ich nehme mal die mini 14 stadt der schrubb hinter noch mit jetzt bräuchte ich nur noch ein bisschen mehr im 16 ich wollte gerade weg und dabei liegt der im 16 im raum jetzt bräuchte ich nur noch einen scoffer erfindet sagt bescheid ich habe akar die schon gefunden ist noch nicht den rest dafür soll ich dir auch sagen wenn ich eine pfanne finde ich habe eine pfanne gefunden schnell zu groß magazin ist ja schon ein bisschen wie tatet oder nicht vor allem ich brauche einen rotpunkt oder sowas ist gar nicht muss ich trinken würde ich noch eine schnecke noch eine und 16 überlässliche max besorgt ich habe jetzt erst mal so mit monik schon anfang ich würde sagen für den anfang reichst du doch locker bis du was besseres stärkeres hast das war ja best du nehme ich doch auch gerne mit das war ja best du nehme ich doch auch gerne mit das war ja und das komplett fertig zwei an der einseite glaube weiß ich nicht habe ich da waren zwei bescheid gesagt vielleicht noch nicht weil es vergessen dann war schon eine anhand und hier ist atap und energy also da war ich dann nicht dann habe ich die seite übersehen oder ignoriert das ist mein etage du du dann gehe ich halt ins höhe da kommt das dach ich weiß hast du einen rotpunkt oder so für mich nix wie der art die ist einfach im boden versunken meine rauchgranate lol die sind schon bekloppte trottel irgendwie schon manchmal aber wie die einfach in deinem gesicht abgeprallt ist und nach unten geglitt und deine ist an dem gitter hängen geblieben leider und nach weil du aufgestanden bist ne gebe ich Spaß ja ja immer unten die sind da hinten alle gelandet da wo wir hinwollten erst da steht ein motorrad habe ich gesehen hinter uns im welt war auch eins ich gehe direkt mal in die tasche höher dann kannst du hier unten looten ich weiß nicht was das ist mir egal also entweder das hat lud oder das hat keiner weil dann habe ich schon ich habe auch nur ein zweites vierer und weiter da oben oh heilung endlich und ein rotpunkt hast du eine waffe wo du das vierer drauf schmeißen kannst schon ne ne brauchst du noch weiter das magazin äh für ja akkar und sowas habe ich ich habe sogar noch ein zweites mit den stock habe ich schon fertig wo du bist hast du mittlerweile eine große waffe nee ja dann brauchst du das vierer auch leider nicht ich habe nur die htp äh htp sache mp du bist ja immer noch oben na ich gucke gerade runter du schluchst schon ganz runter ja ja mach doch ich guck gerade da hinten die weiße an ob ich verlegung sehe aber aktuell nicht hier hinten ist im schlafen wo das ist wir auch noch holen naja habe ich mir auch schon gedacht ich werde rüberkommen hier ist ein m16 drinne das ist eine äh 416 die gute ich habe die gute okay aber die muni könnte ich gebrauchen wenn du sie nicht oder willst du die nehmen zum snipe dann ich habe zu viele akkar die jetzt schon eingesammelt vielleicht vielleicht ich mir das glück mal noch welt irgendwann in den nächsten zwei okay ich gucke schon mal oben ob ich was finde was gut ist hast du mittlerweile heilung ich glaube hier ist noch eine ganze m16 ich habe zwei schmerzmittel 4 energy 3 eine pandoria und hier ist nochmal muni für dich die kann ich aber nicht mitnehmen ja ich habe erstmal genug muni lass ruhig liegen willst du mich verarschen 3er helm naja das meinte ich jetzt eigentlich nicht ich bin ich bin grad hier oben an der treppe da den weg da hinten lang gegangen ja der nagen ich schwöre es dir einfach mal 3 verschissenen 4er scopes hintereinander heißt ich habe jetzt 5 stück brauchst du eins? was willst du damit? ich weiß es auch noch nicht hey das waren doch habe ich mich verzählt oder vergesst auch keine ahne hier oben ist eine akk das lass ich mir eigentlich zweimal sagen kraftjern und hier ist noch ein dunkler achso du hast ein 3er stimmt ja ich habe ein pyroskop in dem geschmissen ja bestimmt ein bisschen äh kann die artikel nicht auch komplett raus kleine pupelsau kleine pupelsau hier gibt's your pupels everywhere es gibt ein über ein mobit ja ja das bin ich Ich habe uns das mal ganz kurz gesichert Wo gehen wir denn von hier aus jetzt hin? Ja, wir müssen eigentlich da irgendwo hin, würde ich sagen Komm Hallo Ja, ich kam nicht drüber, hast du das nicht gesehen? Ne, wie soll ich das denn sehen, wenn du zu blöd bist? Oh, das Motorrad hat eine Lenkung, das ist doch meinige Mutter Ich sehe jetzt schon dort irgendwo in der Ecke liegen Ja, nicht nur du Na, der Rest ist okay, aber wenn du dann links fahren willst, dann... Ahhhh Könnt ihr ein bisschen nochmal runtergekommen? Da konnte ich nichts für Ich fahr lieber hier lang, ich will nicht über den Hügel Kann ich dich eigentlich, wenn ich schon schießen würde, dich runterschießen? Ich weiß es gar nicht Du hast mir schon mal schossen auf so ein Ding, hör auf! Hahaha Hier könnten welche drinnen sein? Wir werden jetzt sterben, Cranky Oder auch nicht? Ist drittisch! Ist drittisch! Ist drittisch! Ist drittisch! Ist drittisch! Ich bin übrigens unter Wasser geglitscht! Und in der Map ist Wasser! Ich hab's gesehen, grad im Stream, dein Punkt für Lulu, einfach nach unten gesackt! Ich bin total ordentlich aufgekommen, so richtig auf allen Rädern, ja? Oh, plötzlich meint das Ding einfach nur null Rolle zu meinen Stoffen! Alter, da konnte ich echt nichts für! Hahaha Ne, jetzt hab ich aber keinen Bock mehr! Das hat der Stebri gemacht! Das hab ich so schön ausgerüstet und der killt uns! Die Leute, die da vorbeilaufen, die freuen sich, ey! Ja, die freuen sich! Beide meine Waffen voll ausgerüstet, ja? Fehlt eigentlich nur Schalli oder so für die M14 und... Ich hab Papier ausgemacht, ich hab keinen Bock mehr! Alter, deine dumme Schwester! Lass uns doch aus! Diese scheiß Motorrad, ich nehm das nie wieder! Ohne Wipp, du landest ordentlich und plötzlich fängst du dich an den Boden zu buddeln! Ich kenn das, Dreier! Das ist grau gar nicht ohne Ende! Der Nachteil ist bloß, daraus kannst du schießen! Wenn ich hinter dir sitze, kann ich nicht schießen! Oh, ist das zum Kotzen! Warum ist meine Auslastung vom Internet da schon so gigantös? Oh! Oh! Toll! Das ist noch der beste Tötel wieder, Mann! Scheiße! Und du wirst, ich nehm das nie wieder, das nächste Mal laufen wir zu Fuß! Das Beste war ja, du bist ja erst noch auf dem Häublein kleben geblieben! Wär das Motorrad doch da lieber nur festgepackt! Alter, mein Internet-Bugs hat mega! Du bist bei mir so am leggen! Also meins buggt, nicht deins, ne? Ja, ja! Meins läuft gut! Ich hör dich ja! Also es ist nur mein Download, nicht der Upload! Wir läden da wieder was runter! Oh, war das super! Ja, mein Internet ist wieder da 100% ausgelastet! Nooo! Ach, doch einfach mal! Dann lass das auch für mich auszum-Zeit auszumachen! Ich werd erst mal noch dickes Turf! Brauchen die Schuhe! Ich geh sterben, ey! Jetzt hab ich die Scheiße zweimal, Mann! Ich hasse dieses Bein ohne Witz! Wie sich das einfach an den Boden gekramt hat und eine Rolle angefangen hat, weißt du? Wer? Das Motorrad! Hm! Ich land so ordentlich auf der Straße, fängst du an, sich einfach nicht im Boden zu graben! Das Schönste! Ich war ja noch nicht tot! Ich war erst tot, wo du tot warst! Ich war instant tot! Ich hätt noch leben können! Ja, aber ich war instant tot! Ich bin unter dem Mabel im Wasser drin! Ich wusste gar nicht, dass unter dem Mabel Wasser ist! Ich hau nicht! Jetzt weiß ich's! Wahrscheinlich haben die dazu gemacht, dass das Wasser verdurchsteht und die Mabel-Fall so da drin ist! Wahrscheinlich nicht, ja! Äh, wenn du ein Narzissen-Squid oder so mal guckst an den Flüssen, die Flüsse sind einfach das Meer! Die haben da einfach so ein Stück in das Wasser so eingegeben, wo er bettet so! Das ist der ganze Trick dahinter, total dämlich! Ja! Und deine Schwester hat nichts anderes außer Lachen, ey! Wie ist das so? Was soll ich denn sonst machen? Hm? Was soll ich denn sonst machen? Uns bemitleiden, oder was weiß ich! Hitsch! War das schrecklich! Naja, aber ich mach dann das auf dem PC, denke ich, aus! Jo! Also dann euch auch im Zwischen noch einen schönen Abend und ihr auch, Frankie! Jo, ich werd auch gleich Schluss machen! Jo, tschau! Tschüss! Tschüss! Es wäre gelogen, wenn ich sage, dass Gamer echt niemals rausgehen! Gamescom oder ESL, das heißt der Früh aufstehen! Und unter Gamer macht die Sonne mir nichts aus! Denn wir haben ein Magnetfeld, das schützt unsere Haut! Digga, Digga, mach dir gar kein Kopf, denn wir haben mein Job! Es wird täglich im Dungeon auf Monster geklappt, hab es never gejagt und den Panzer gefloggt! Ich bin Gamer, so arsch und total vertrockt! Egal was sie sagen, ich erhebe meine Faust! Ich bin Gamer, ja Gamer rasten manchmal aus! Sollte draußen vielleicht eine schöne Frau stehen? Sag ich nein, Babe, keine Zeit zum rausgehen! Sollte draußen vielleicht eine schöne Frau stehen? Sag ich nein, Babe, mess mich doch, ist geil! Ey, komm! Wir sind Gamer, scheißen auf das Sonnenlicht! Wir sind Gamer, raus gehen wir nicht! Wir sind Gamer, scheißen auf das Sonnenlicht! Wir sind Gamer, raus gehen wir nicht! Let's Go! Wir sind Gamer, scheißen auf das Sonnenlicht! Yeah! Wir sind Gamer, raus gehen wir nicht! Wir sind Gamer, scheißen auf das Sonnenlicht! Wir sind Gamer, raus gehen wir nicht! Das war's.